Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Stompingland. Guten Tag. Sagst du mal Aufnahme? Weil ich von mir gewohnt bin Aufnahme Session, weil ich ja schneide. Achso. Das macht mich immer ganz verrückt. Wo ist der Error? Wo ist der Error? Hinter euch. Ich hab ein paar Seile gemacht gerade. Das gefällt mir nicht, wenn du hinter uns bist. Guy on Big Dino. Dann gehen wir mal schnell in die Hürde. Da kommt der Big Dino nicht rein. Geil. Da leuchtet was. Das sind die Heilkräuter. Die hab ich vorhin eingesammelt. Der Panthi hat nämlich vorhin ein Dino gezähmt. Aber leider ist das so. Ich hab die. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Du hast eine Expertise von 104. Du kannst schon die großen Dinos reiten. Yeah. Da ist noch mehr. Was ist denn da hinten? Ein Ausgang? Das leuchtet denn da so. Hier gibt's ja auch dieses... Ach, das ist der Ausgang. Der Ausgang, ja. Es gibt ja auch so Circles hier drin, wo man die Expertise steigern kann, hab ich gelesen. Okay. Wo man sich reinstellen muss und dann die Expertise steigen. Achtung. Nicht irgendwo runterfallen, wo man nicht mehr zurückkommt oder so. Das wär doof. Vor allem doof, dass wir eine Kacke haben. Vor dir ist Kacke, wenn Wasser ist vor dir. Kommen wir hier wieder raus? Wärts so geil gewesen, wenn die jetzt ausgegangen wären. Ey, die geht 100 pro aus. Hier ist ja schon Wasser. Guck, ey. Ne, ne, ne. Wir machen jetzt hier Brailer-Action. Wir sind so am Arsch, Leute. Panthi. Ich hab Angst. Nein, nein. Wir sind richtig... Wir werden richtig verkacken. Soll ich springen? Ja. Oh. Quatsch. Schöner Sprung. Du warst noch Weitspringer, glaub ich. Ich hab nämlich auf die Leertaste gedrückt und bin dann nach vorne gelaggt. Warte, ne Speedfuckgewehr. Hier ist eine Muschie in der Wand. Guck mal links. Ne. Geil. Komm mal zurück. Da. Hier. Oh, geil. Thumbnail. Die geile Höhle. Die Tropfsteinhöhle. Die Tropfsteinhöhle ist halt... Oh, hier ist... Ich seh nichts. Es wird noch ne Facke mitnehmen sollen. Da ist Wasser, ja. Ich bin hier nie wieder raus. Ne. Woher weißt du eigentlich, was ich für ne Expertise hab? Kuh drücken? Bei Kuh. Wenn du Kuh drückst, siehst du das von nebenan. Ach so. Ach ja, stimmt. Glaub ich denn. Ist ja egal, wenn wir jetzt noch einmal zumindest Heilkräuter finden würden. Weil ich glaub, die kann man nicht verschenken. Oder noch nicht verschenken. Okay. Wer hat denn jetzt aufgehoben? Es wär gut, wenn jeder einen selbst zum Wiederbeleben. Ich. Der Rainbird. Ich habe jetzt zwei Stück. Auf wie ich mal Letters drücke zum Springen. Da hinten sind Heilkräuter. Ja. Ja. Ich hol die mir. Ich hol die mir. Jetzt kommt ein Loch und ich falle mit's tief rein. Pass auf. Ich trau mich nicht hier rüber. Ne, lieber nicht. Hier ist Wasser. Pass auf. Ich bin ins Wasser gefallen. Bleib hier. Aber Ära hat sie ja. Okay. Alles klar. Ich bin im Wasser. Ich komm nicht hoch. Du hast sie aber doch. Ich sehe nichts. Nein. Die Kräuter sind weg. Nein, es steht noch da. Ich bin im Wasser. Ich komm nicht mehr raus. Rainbird, guck mal nach oben. Es ist ein Loch in der Decke. Oh ja. Kann man ja so reinfallen. Es sind zwei Kräuter. Ich komm nicht ran. Ich bin gefangen im Wasser. Doch, jetzt. Rainbird, ich. Diesen, wir holen uns seine Kräuter. Oh, hier ist ein Kreis. Was, echt? Ach, weißt du, der Ära, der sieht jetzt wieder alles. Ich spiel jetzt. Expertise plus 20. Geil. Die Fakke ist aus, oder? Ich hab's doch gesagt, das Wasser. Nein! Nein! Ich kann nur, kann man nur zwei aufnehmen? Ich hab zwei. Ja, ich kann nicht mehr aufnehmen. Ach so, ja, dann nehme ich sie. Na, komm her. Wie denn? Ja, da ungefähr, da ungefähr. Du siehst ab und zu mal, wenn du das Wasser so immer hoch und runter guckst mit der Maus. Ja, das ist geil. Dann siehst du da ab und zu mal was. Ja, geil, weil wir jetzt alles schwarz. Tauch unter, dann siehst du was. Ich hab's gewusst, wir finden hier nie wieder raus, Leute. Aber wir haben Kräuter wie Sau. Geh mal weg. Ja, jetzt regnungs nur nix. Aber wir verhungern dann hier drin. Geh weg von den Kräutern, sonst krieg ich die nicht. So. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Also wir müssen in die Richtung, aber ich, da wo ich hinzeige, selten das. Aber, wir sind so am Arsch, das geht dir gar nicht mehr. Das ist gut, ey. Fanny, warte, damit die Klippe, ey, wie sollen wir da hochkommen? Wir kommen in die Richtung auf gar keinen Fall mehr. Also unter Wasser sieht man am nächsten was. Ja. Hilft uns aber auch total viel für Überwasser. Ich würd sagen, einer killt sich im Wasser und guckt, ob die Kräuter wechseln. Und holt ne Fackel und kommt wieder zurück. Also das ist die einzige Variante, wo wir nicht alle sterben. Ich stimme für Ella. Wir bringen uns jetzt um. Ich bin draußen, ich sehe sogar was. Was? Was? Jetzt ist es wieder weg. Ich hab grad was gesehen. Oh ja, ich sehe was, ich sehe was. Es wird dunkel. Nein. Ja. Es war grad ganz kurz hell. Hab ich bei nem anderen Metzplay gesehen, der konnte auf einmal sehen. Warum auch immer. Also ich bin aus dem Wasser auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt grad wieder reingegangen, damit ich nochmal kurz was sehe. Das wäre sehr schön. Aber ich komme gar nicht mehr raus. Soll ich mich mal töten jetzt einfach und versuchen zu kommen? Also so richtig zu kommen, so hart. Töte dich mal und guck dann, ob deine Kräuter weg sind. Ich töte mich. Ich glaub, das ist weg. Da geh ich mal stark von aus, ne? Wenn das Spiel schon nicht mal Speicher hat, wo unsere Tippis sind. Aber hier kann man fischen jetzt. Oh, ich sehe was. Ich bin außerhalb vom Wasser. Warum sehe ich denn was? Oh, dann hab ich kurz. Ich bin rausgekommen. Siehst du immer noch was? Ne, jetzt nicht mehr. Scheiße, sonst hättest du uns nämlich lotsen können. Verdammt. Jetzt sehe ich wieder was. Ich bin an der Wand. Ich sehe auch was. Ich sehe auch was. Ich sehe auch was. Und da hinten ist irgendwas. Na toll, Kräuter. Zwei Kräuter. Drei. Was? Hier sind vier Kräuter. Und mein Telefon geht. Hier sind fünf Kräuter, Junge. Oh, wer steht denn hier neben mir? Aber man kann nur zwei auch sein. Man seht hier immer noch was? Also richtig. Ach, Erra, du bist neben mir hier. Ich sehe die Kräuter. Sonst sehe ich gar nichts. Ja, da hinten sehe ich auch Kräuter. Ich komme hier nicht hoch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geil. Hör auf, Telefon. Ich finde das Wasser nicht mehr. Ich kann mir die nicht mehr umbringen. Jetzt. Hello, darkness, my old friend. Aber man sieht den Ausgang ja auch erst, wenn man drin steht. Das ist ein bisschen schade. Ja. An den Kräutern kann ich mich aber orientieren. What? Orientieren, ob ich weiterkomme oder nicht. Scheiße. Alter, es ist ja enorm super hier. Ja. Ich habe es befürchtet. Ich habe es. Der gierige Sack mit seiner Facke, ey. Ich springe der ins Wasser, echt, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt mal nehmen wir alle eine Vögel. Ich hüpfe rückwärts. Ich mache hier Butter bei der Fische. Oh, ich bin tot. Alter, Telefon. Halt doch mal die Fresse jetzt. Danke. Ja, hier sind 100.000 Kräuter. Wir sind wahrscheinlich mitten in der Höhle. Meine Kräuter sind weg und da stehen Leute an unseren Tippis. Was? Ja. Was soll das? Das waren Spieler. Das waren unsere Tippis, glaube ich. Unsere beiden noch. Das ist Horror-Spiel. Ich sehe nur den Namen Pantipotar. Das ist wirklich ein Horror-Spiel. Wir brauchen mal einen Hexer-Port jetzt. Ja. Ich will mal einen Schrank, ey. Ja. Aber ich bin da, wo wir vorhin auch waren, okay? Vor allem der Witz ist, wir können uns jetzt nicht mal umbringen. Nee. Besten Folge ever. Vor allem die Darkroom-Folge. Geil. Alter. Wir sind zu dämlich, um uns umzubringen. Und das Telefon geht schon wieder. Wo geht's denn hin? Haha. Budapest. Ich finde, die Höhlen haben die ein bisschen sehr dunkel gemacht. Ja, ich bin im Wasser. Ich kann mich töten. Ich auch. Okay. Gemeinsam. Sterben wir gemeinsam. Tauch mal, so tief es geht. Spieler hier sind, das ist unfassbar. Ja. Da hätten wir jetzt ungefähr 47 Kräuter gehabt. Ja. Wäre Pantipotar nicht mit seiner Fackel ins Wasser gesprungen. Ja, wir mussten ja durchs Wasser, um zu den Kräutern zu kommen. Nee, da war ja nur noch eins. Und das ist... Nee, da wo ich war, waren sieben. Ungeloblich. Ja, aber wir kann ja eh nur zwei mitnehmen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen strange. You are dead. I know that. Very, very well. Ach, ich kann nicht im Tipi spawnen. Geil. Nice. Ich bin nicht im Tipi gespawned direkt. Ich seh schon wieder einen Spieler. Er kommt auf mich zu. Random gespawned und bin keine Ahnung wo. Cool. Ach, ist das geil. Darf ich euch mal einen Vorschlag unterbreiten? Was denn? Wir pausieren das Spiel, bis mal ein Patch rauskam. Ein Safe-Patch? Ja, auch. Oder mehr Inhalts-Patch. Das ist nur so ein Vorschlag von mir. Das ist wahrscheinlich nicht die dümmste Idee, aber weiß ich nicht. Also, ich mach auch weiter. Wir können das ja gerne noch so machen, dass wir endlich mal ein Dino reiten irgendwann. Ja, das würde ich auch gerne noch zeigen sehen. Momentan kann man halt nicht wirklich viel mehr machen, ne? Ne, eben. Das ist es. Vor allem ich zu dritt. Ich hab Angst, Spieler. Lauf jeder wieder für sich hier rum, ey. Ja. Oh Mann. Das ist traurig. Schon ein bisschen. Daisy wollte da ja auch nicht mehr, wa? War ein guter Tausch. Ja, war super. Aber ich find das Spiel hier schon sehr cool. Ja, aber die haben nicht so ganz viel zu tun. Genau, genau. Wir haben's zum ersten Mal in der Höhle geschafft. Es gibt echt nicht viel zu tun, aber selbst das haben wir noch nicht geschafft. Ach geil, herrlich. Vor allem mit drei Spielern können wir auch die ganz großen Dinos noch nicht töten. Wie viel braucht man denn da? Oh Gott, hier liegt ein ganz großer Dino. Das haben sich auch vorhin nicht gekämpft. So ein Riesenvieh. Wir sind aus Fleisch mit. Ach so, ja. Aber warum? Alter, was ist denn das für ein... Flatschen, ey? Hätte ich jetzt ein Kraut gehabt, dann hätte ich den reiten können. Hast du genug Expertise? Ich habe vier. Das muss reiten. Scheiß auf das Miet. Ich will erst mal zu euren Tipis. Erra, dein Tipi war noch da. Oder was? Ich bin random gespawnt neben unseren Tipis ungefähr 50 Meter weiter. Ah, also du konntest auch nicht beim Tipis spawnen. Nee. Warum geht das denn nach einer Zeit nicht mehr? Vielleicht machen wir zu weit weg. Das wäre total super. Ähm, hier sind drei Tipis. Das sind unsere oder nicht? Nee. Äh, nee. Deins müsste ja weg sein. Da liegt jemand auf dem Kopfstoß-Dino. Oh. Oh. Fuck. Ach, die sind da, wo wir letztes Mal waren. Die haben vielleicht doch unsere Tipis abgebaut oder so. Und ihre Tipis sind gebaut. Nee, nee. Nee, nee. Da, wo wir wirklich letztes Mal in der Aufnahmesession waren. In dem Wald oder was? Nee. Äh, an dem Strand da, wo die, diese Bucht war. Ich weiß nicht, wo. Ach, RRH. Geh grad an dem Strand mit ner Bucht. Glaubts, es gibt's hier öfter. Krass. Ja, die reiten da ihre Dinos. Da heftig. Klingt wie egal. Kürzer machen. Ja. Weil, Rainbird ist jetzt irgendwo, Error ist irgendwo und ich bin irgendwo. Ja. Er ist doch kacke. Ist doch echt mal. Na, nur weil so ein Vollidiot mit der Fuck ins Wasser geröntet ist. Ja, aber echt, echt, ey. Echt, ey. Mann, Spacken, ey. Ich den erwische. Ach hier, ich bin auch da, wo die mit den Dinos, die drei Tipis. Ach ja, dann komm ich wieder da hin. Join the Friendly Lake Tribe. Aha. Ja, dann, äh. Würde ich sagen, wenn jetzt hier unter den, unter Rainbirds und meinem 100.000, da ist ein Stachelkeuler in der, what the fuck, ein Stachelkeuler getamed? Sieht so aus. Nein, der Stachelkeuler nimmt das Lager auseinander. Echt? Der tanzt um dich rum. Ja, natürlich. Ich bin Khaleesi. Ich komm mal zu dir. Natürlich tanzt der um mich rum. Siehst du, dich greift er an. Voll die, deine Malle. Ich komm da hin und der haut mich sofort weg. Jetzt bin ich auch tot. Scheiß Khaleesi, ey. Gleich, das ist der billigste Khaleesi, den ich gesehen habe. Ballisi Khaleesi. Ach, fuck. Ja, geil. Ja, würde ich sagen, wenn jetzt unter den Videos so viel Kommentare sind, macht doch weiter, macht doch weiter. Dann machen wir sofort weiter. Ansonsten warten wir bis zum nächsten Patch, oder? Ja. Erra, was sagst du? Ja, mir ist das eh egal. Benutzt mich. Mir ist das eh egal. Geil. Die enttäuscht einen sowieso immer, von daher ist das so scheißegal. Vielleicht finden wir ja was anderes für die Zwischenzeit, mal sehen. Genau, das wurde dann auch wieder, wenn man es lieb gewonnen hat, wurde es dann abgesägt. Genau, so läuft das bei denen. Aber alles ist gut. Es ist alles okay. Der arme Erra, weißt du, der holt sich das extra, damit der, und dann sagen wir, nee, geht ja auch nicht. Wir pausieren ja nur. Das kommt auf jeden Fall wieder. Das kann ich hier schriftlich sagen. Schriftlich sagst du, oder? Ja. Mit Brief und Siegel. Klingt sehr vertrauenswürdig. Und bei mir gibt es ja jetzt sehr bald The Forest als Ersatz. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber... Ich habe noch kein einziges meiner Single-Play-Let's-Plays aufgenommen. Das ist immer noch Pause. Ja, gut. Ja, dann war es das. Ich schmeiße mein Handy dir hinweg. Vor Freude. Liebe Freunde, dann würde ich sagen, entweder ihr lasst uns 50 Kommentare pro Video da, oder wir sehen uns beim nächsten Patch wieder. Genau. Mein Charakter ist gerade eingefroren. Ich habe die Hülle wieder gefunden. Geil. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen bisher. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich finde das Spiel ja sehr geil, aber die ganzen Möglichkeiten hier, ich zeige es gerade mit der Leertaste, da ist ja noch nichts. Genau. Finde ich schade. Es kommen bestimmt noch verschiedene Tippis und so, sonst wäre da nicht so ein Boot für Tippis und so Sachen. Ja. Mal schauen, mal schauen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.